Hallo liebe Leute, mein Name ist Meister.de, Mr. Mysterium, der schwachsinnigste YouTuber Deutschlands. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. In dem letzten Part haben wir einen dieser Häschen besiegt, da war das Schiff schon wieder da. Und was bist du denn? Bist du nicht mehr UFO? Sie ist nicht so ganz deiner raus, aber... Okay. Also das Kleider ist am besten... Okay, okay, danke. Das Kleid ist anscheinend für Peach, wie es mir scheint. Ich meine, was will ein Hase sonst? Mit einem Kleidungsstück. Das Kleidungsstück. Das Kleidungsstück. Das Kleidungsstück. Wow. 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 Hey, da haben wir meinen Pixel-Katzen-Mario. Von Mario. Super Mario 3D World. Oh, ich hab... Ich hab ihn umgebracht. Au! Warte, ich hab da... Hä? Alle klar, darauf war ich jetzt nicht aus. Ich wollte eigentlich nur diese hübschen Lila Münzen. Jupp! Okay, warte mal, wie komm ich da hoch? Ähm. What? Alter Schwede, ich vergesse immer... Ich drücke immer den falschen Knopf. Alter, wie komm ich da hoch? Ah! Wall Jump! Ähm. Mist. Gibt's da eine Passage? Oh, warte mal. Ich hab ja noch gar nicht da drüben hingeguckt. Ah! Oh, hell noch. Oh! 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 Ah, Luft! Da-da-pam-pah! Im Kühl, im Nass... Was ist das für ein Name jetzt schon wieder? Oh, du... Direkt hinter mir geht es zum Aquagrund. Echt? Uh! Geld! Ich sagte Geld! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Juppa! What? Hat... Malst du nicht... Abgrund? Oh. Ah, hier kommt man auch wieder hoch. Gut. Dieb auf die Stacheln. Ach. Danke. Ich wärs uns wahrscheinlich sofort da reingesprungen. Ah, was bist du? Ähm... Tiefer scheinbar sind keine Option. Geh mal weg. Warte mal. Was war dann da hinten? Was war dann auch du? vuhr... Hast du nicht? Ahhh! Ah! Wenn du nicht! Ah! 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 Gib mir das Ding Luft. Nee, aber es gibt mir Leben. Nice. Jetzt muss ich ja durchrushen. Aus dem Weg. Oh, das war jetzt nicht Gipta. Uh. Nice. Uh. Uh. Baa. La 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 la. La 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 la. ähm Mist ich kann halt nicht angreifen nein meine Lebensversicherung ich sehe nicht was hier passiert Hilfe Alter Schwede was soll das denn jetzt heißen Lady ist dieses Ungarno noch draußen keine Ahnung ok darum ist nix gut 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 noch ein Stückle warte warte was bist du denn was macht ein Vogel hier ich weiß ich kann es dir nicht verraten aber ich gebe dir niemals hop hop der ist irgendwo hier irgendwo versteckt such ihn schick ihn tipp tipp Geld wer wird Millionär also ich gewiss nicht denn diese Zahl hier die geht nur bis 1000 habe ich das Gefühl Woppa ähm möglich dass wir ein Problem haben oh oh ahhh 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 pitti pitti der runter ahhh ahhh hhhha hh hh verdammt Mist, ich dachte, wenn ich genug Stamm-Attacken mache, komme ich da weg Nessi Okay, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss Komm mal leer, komm mal leer Komm mal leer So Ey, warte mal Das Geld ist ja wieder gespawnt Da kann ich jemanden kurz mal gönnen Och, so wenig Och, ihr Geizkragen Au Okay, jetzt, wo ich hier bin Wie komme ich an die Mütze da oben ran Cheep, 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 cheep Schaff ich den Sprung Ich frage mich, ob ich mit meinen Stamm-Attacken es runter geschafft hätte Ich glaube schon Ich hatte dann nur Panik gekriegt, weil ich nicht wusste, wie tier das geht Oh Ich hätte es wahrscheinlich dann doch nicht geschafft, glaube ich Ich bin es Warum kämpst du hier? Hey Mario Mario Wie schön dich hier zu treffen Hier, wie, 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 wie ist Käpt'n tot Ich bin unterwegs in der ganzen Welt Und unterwegs suche ich gleich nach Bauermonde Also schwimmen mit Rucksack ist wirklich nicht mehr als so beschwerlich Ich weiß gar nicht, dass ich hierhin gekommen bin Oh, dafür habe ich diesen Mond entdeckt Den checke ich dir Alles klar, Bruder Danke Hier ist es schön ruhig Aber hier komme ich bloß wieder nach außen Wie wäre es, wenn du die Röhre nimmst? Okay, warte Jetzt bin ich verwirrt Moment Wo ist das letzte Teilchen? Oh Okay Wenn du den weiten Weg in Zeeland reißt Er ist angebracht, schön, Technik gekleidet zu sein Hey Ich zieh bloß nicht mein T-Shirt an Weil ich nicht lichtete, dass du mein Sixpack siehst Also Marius Dicker Sixpack von Lasagne Ihr versteht Ich kriege euch Münzen Und wenn ich die ganze Part hier verbringen muss Naja, sie ist nicht garig Wir hatten hier einst ein herrlicher Schmitz Wie klein Hey Aber dann kam dieses Ungeheuer Eske hat dieses Ungeheuer gestohlen Er hat den größten Schatz Und das Leinen Deshalb einfach geklaut Ähm, okay Meine Gü- Boah Herzlich Willkommen Willst du es in die zwei unterschiedliche Sorte? Ja Willst du es in die drei unterschiedlichen Sorte? Ich sehe dich als auch Was wir in die zwei unterschiedlichen Sorte? Geh Hell yeah. Und du? Was? Unterwasserkuppel? Quichido? Ey! Das sind Wucherpreise! Wat? Wat? Das ist ja... Ey! Ihr werdet doch von mir hören und von meinem Anwalt! Das ist ja unerhört! Gib mir die Münze! Gib mir Geld! Ich hab keinen Plan, was ich machen soll! Nee! Geh! Ah, 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 ah. Hey, warte mal. Hier ist ja ein Power-Mod. Ich kann ja an die Oberfläche. Hopp, hopp, Dory. Warte, wie viel ich habe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 fehlen, ne? Ähm, äh. Jetzt geht's voran. Wie fies die Oberfläche noch versteckt ist. Ich weiß, wie das klingt. Hey, I'm coming for you, boy. Putt, putt. Ich geb dir gleich putt, putt, ey. Oh. Und jetzt 2 in die Passage? Oh. Oh-oh. Nein! Das erste, wo ich versage. Ist das Ding wieder gespott, sobald ich wieder reingehe? So, gut. Oh-oh. Also theoretisch könnte ich jetzt einen Haufen auf diese Häschen setzen. Und einfach jetzt verschwinden. Ja, hab ich. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ab nach oben! Äh, warte, was? Wofür ist das denn? Alles klar, ja, das weiß ich schon. Erzähl mir mal etwas, das ich noch nicht weiß. Ähm, mhm. Ah! Hey, wie komme ich da rein? Hm. Ah, Mann, ey. Mann, 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 Mann. Warte, kann ich das vielleicht nutzen? Nee, komm dann nur da. Oh, 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 oh. Hä? Ah! Ja, das ist machbar. Möglich, dass ich vielleicht irgendwie jetzt schieße? Ich hab keinen Plan. Ah, Mist! Mist! Hey! Ey! Where you think you're going? Ich weiß nicht, ob es so geplant war, dass ich das so mache, aber hey, es wirkt. Ich schätze mal, es war so geplant. Aber mal hier unten. Ah, die Luft. Okay, ich hole mir erst den Mond. Danke, mache ich mich am euch. Yippie. Uh, gerade noch so geschafft. Yippie. Okay. Was ist wohl in der Kiste? Ey, ich kriege ja... Oh, oh, da oben ist... Oh, eine Passage. Ey, hier gibt es so vieles. Okay, okay. Ich so, ey, kommst du jetzt mal, Mario? Und er so, nee, nee, wartet mal. Ich habe hier eine coole Passage gefunden. Die muss ich erst mal noch testen. Oh, so echt? Jetzt weiß ich, warum er immer so nervig ist. Jetzt weiß ich, warum der Boss sich immer über ihn beschwert. Ey, was ist das hier? Ah,'sука. Oh, ich gib sie auf. Oh, try me. ui, wee, 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 we, wee, 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 solar, solar. Ich bin ein bisschen dran. Ich bin ein bisschen dran. Ich hab mir die. Wartet, ich brauche noch mal mehr Schwung. Das ist mein letzter Versuch, Leute. Was? Wieso ging das nicht? Na ja, ich kann es mal ein anderes Mal probieren. Brutlers! Na, wer von euch darf diesmal gegen mich antreten, der? Hä? Ah! Bohehehe, du bist so spät. Wir haben uns den das Snixen-Kleid schon unter die Nagel gerissen. Es passt zum Frack vom Chef. Du willst es zurück, schminkst dir ab, das du hatten wir. Warum hast du ne Blume auf deinen Kopf? Ah! Der Tartrick, das kann ich auch! Ah! Echt jetzt? Ah! 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 Ja, fuck! Ah! Yippie! Ah! Ah! Nur weil ich Geld haben will! Yes! Alter, du warst noch lächerlicher als deine Brüder und Schwester. Dein Bruder und Schwester. Auch wenn ich jetzt mehr Schaden gekriegt habe, als sonst... Da, 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 da. Nice. Da es geht, geht es, ich baum die $1,000. Ich nehme jetzt eine Idee her, was ist, was ist, was ist... Ey, Kollege, was bist du? Hallo, Mario. Aber es ist ein bisschen öffnen, als stelle ich einen Ventalisten von Orten, an denen sich die Paumunde befinden. Stelle das... Stelle das Hügel von Paumunde für ein Risse, für 50 bis in halb mit dir. Wolltest du an ihm was kaufen? Nein, noch nicht. Alles klar, wir sehen uns. Ich hab mehr als genug, Munde. Meine Güte, ey. Boom, matcher. Go, go, go. Boom. Warte, als ich hier war, hatte ich auch die Möglichkeit dorthin zurück. Alles klar, Bruder. Super Mario Time. Wuhu. Wie geschmacklos. Lass uns diesen Scheißer ein paar Manieren beibringen. Ja, du weißt nicht, wie oft ich das dem getan habe. Ja, bla 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 bla. Bl- was? Blumen? Was? Oh. Guten Tag, mein Name ist mein Daddy. Ich habe gehört, sie suchen einen Glättner von Hansen. Aber wie denn, was sei das? Machen wir den nächsten Part, Leute! Danke fürs Dabeiseite. Vergesst nicht zu liken, falls euch das Video gefallen hat. Und zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Glacke zu aktivieren. Damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und mich euren Freunden weiterzuempfehlen. Jippie! Mit allem gesagt, tschüss! Jippie!